Das St. Gallener Management Modell hat im Mittelpunkt die Prozesse. In drei Ausprägungen, die Geschäftsprozesse, die Unterstützungsprozesse und die Managementprozesse. Diese sind jeweils auf den Kunden oder die Kundinnen ausgerichtet und haben zwei Entwicklungsmodi. Es gilt sie ständig zu optimieren und regelmäßig zu erneuern. Dazu kommen noch die Ordnungsmomente im Sinne der strategischen Ausrichtung, der Strukturen und der Kultur. Die Prozesse sind eingebettet in die Umweltsphären. Dazu zählen neben dem Staat die Konkurrenten, die Lieferanten, die Öffentlichkeit, Mitarbeitende, Kunden und Kapitalgeber. Dazu gibt es sogenannte Interaktionsthemen hinsichtlich der eingesetzten Ressourcen, der angewandten Normen und Werte, sowie der Anliegen und Interessen dieser Anspruchsgruppen.